Ruhige Musik Ruhige Musik Ruhige Musik Mist, mir fehlt noch was. Ist mir eben gerade aufgefallen. Ähm, da. Ach, inzwischen sind diverse Nervenstofftaschen schon verkauft. Wo sind denn die anderen Meldungen? Keine Ahnung. Also mir wurden gerade einige angezeigt. Hm, hm, hm. Hm, hm. Wie viel werden wir denn hier jetzt auf der Tastatur... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ach, sind mir hier als verkauft angezeigt. Aber noch habe ich keine Nachricht. Die braucht immer eine Stunde, das heißt... Innerhalb der letzten Stunde müssen... Naja, klar, innerhalb der letzten Stunde. Ich bin hier gerade mal eine Stunde und drei Minuten online. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. So, den abschließen. Wir sehen uns wieder. Was führt euch hierher? Ähm, ähm, ähm. Viel Willenskraft, viel Ausdauer, 5 und 45... Nehme ich mal den mit. Ascha Feller. So, ähm, ja. Wo laufen die jetzt hin? Ohne mich? Ich folge einfach meiner Menge. Ach, ja. Ohne mich! Ohne mich! Ich muss mal ein bisschen Lagerfeuer. Haben wir immerhin noch einen Willenskraft-Buff. Das ist ja eine echte Herausforderung hier drin. Äh, ich häng eine Fackel. Ähm. Joa. Okay. 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 So, wir können einmal reinknallen. Wie immer. Hallo du dummer fetter Taure. Lauf weiter. Lauf schneller. Äh, ja. Entzaubern. Tralalalala. Da liegt jemand. Da liegt jemand. Friede sei mit euch. Mhm. Jetzt macht der irgendwas. Krass. Das ist ein Maregröner Traum. Traum. Ist immer schön. Joa. Ganz toll. Oder auch nicht. Jetzt kommt der Gegner an. Und wir müssen die beiden wahrscheinlich beschützen bis der damit fertig ist. vermute ich einfach mal. So. Zack. Okay. Ich will endlich solche viele kürchern können. Okay. Jetzt kommt hier so Schleimdinger. Erst waren da Schlangen. Mal gucken was gleich noch. Ah. Ui. Ah. Ich werde angegriffen. Mal gucken was da gleich noch ankommt. Ach. Kommen da jetzt gleich noch Nachtelfen und Trolle? Oder war es das jetzt? Äh. Ein Murloc. Und diesmal bin ich nicht so wie bei Todesminen mit einem vollen Inventar reingegangen, weil ich jetzt ein paar größere Taschen habe. Ah. Oh. So. Oder fleißig mit angreifen oder auch nicht. Das ist vielleicht als viele ein bisschen riskant wegen dem Mana-Vorrat. Apropos Mana-Vorrat. Ich sollte da ein bisschen vorsichtiger sein. Jawoll. Endlich bin ich wach. Was ist da drin? Ein Ledergürtel. Genau derselbe, den ich schon habe. Das macht ungeheuer viel Sinn. Wie dem auch sei, ich gehe hier aus der Gruppe raus. Mach Recount Reset. Und gucke mal, was sich jetzt hier noch schön ist. Was ist denn da oben? Ach, der nicht so tiefe Ozean. 50 Plünderer muss ich... 50? Entschuldigt mal. Äh... 50? Na gut. Aber das Vieh sieht hässlich aus. Wenn es eine schöne Robbe oder was gewesen wäre, ja. Aber sonst ist es ein hässliches Walross. Sieht einfach doof aus. So, hier sollen jetzt irgendwo die Viecher sein, die ich töten soll. Die 50 Plünderer der Grauflössen Murlocs. Hier sind aber keine. Was ist denn das? Äh... Ja. So, das... Ach so. Dann ist das ja kein allzu großes Problem, 50 von der Viechland zu killen. Sind die jetzt alle tot? Ja. So, kommt das mal alle her hier. Zum Glück hält diese komische Roboter eine ganze Menge aus. Denn das ist auch mit den 50 Viechern kein großes Problem. Das war jetzt schon 34. So macht so eine Quest natürlich Spaß. Jetzt nochmal da rein, wo ein bisschen mehr sind. Und dann sollte es auch nicht allzu lange dauern, dass die Quest geschafft ist. Das müsste jetzt der letzte Durchlauf sein. Ach, dadurch, dass ich den Countdown gestartet habe, kommen sie erst recht an. Jawohl, das waren die 50. Jetzt muss ich wieder zurück. Hüpf. Wassergestalt. Wumm, 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 badum, 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 dum, bum. Ach, Gott. Schwimmidi, 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 schwimm, schwimm, schwimm. Du siehst immer noch hässlich aus. Habe ich auch mal wieder eine Quest geschafft. Hüpf. Was kann ich heute für euch tun? Ja, ach. Nee. Mögen eure Reisen sicher sein. Äh, hä. Was habe ich da jetzt noch? Da hin. Und unbedingt muss ich gucken, dass ich jetzt Köcherei hochgeskillt kriege. So. Hüpf. Hüpf. Töte ich erst mal im Beeren. So. Bringt ihr mir jetzt überhaupt noch Köcherei-Skill oder? Der ist grün. Damit kann ich aber trotzdem noch Skillen. Äh, halt. Laufkatze. Toll. Tod, aber nicht geplündert. Das heißt, ich kann den nicht häuten. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Tralalalalalalalalala. Lalalalalala. Wie weit ist denn das? Ähm. Der Turm von Atalax. Ich glaube, hier stand mal ein Turm. Hm. Ich glaube, hier war mein Mob. Das ist ein schönes Katapult. Egal. Egal, egal. Hier auch wieder alles zerstört und kaputt. Wie man es aus Kataklysm kennt. So, hier habe ich es noch fest anzunehmen. Ähm, ja. Relikte der Hochgeborenen. Die liegen hier wahrscheinlich irgendwo verteilt. Hm, Katzengestalt. Ich habe nicht genug Energie. Ja, ich will doch nur ein bisschen angreifen. Richtig, ich gehe. So, zack. Äh, zack. Äh, hallo. Tot. Hüpf. Dann töten wir die Viecher einfach nur alle. So, zack. Ich habe nicht genug Energie. Äh. Ich kann das noch nicht tun. Nicht genug Energie. Ich will aber. Ich will sie zerfleischen. Ah, was ist denn? Stimmt. Danke. Die Quest direkt annehmen. Aber ein Relikt habe ich noch nicht gefunden. Ach, nee, das ist eine Maus. So, plündern. Plündern. Die Haut kann ich denen nicht abziehen. Relikte. Sollen auch hier sein. Da unten eventuell. Ne. Toll, drei Arbeiter noch, aber ich habe noch kein einziges Relikt gefunden. Nö. Die finde ich irgendwie doof. Ja, komm, hau ich jetzt halt aus den Socken. Dann gucken, dass ich hier wieder hochkomme. Wovon hier ist der Eingang. Egal. Relikte. Erhaltet. Ach, Relikte. Woher erhalte ich die denn? Es gibt überall an der Dunkelküste ähnliche Ruin, äh, doof. Muss ich da jetzt, nein, nicht abbrechen. Muss ich jetzt, äh, irgendwo Hochgeborene suchen, um die Relikte zu kriegen? Ach, ne, da ist was. So, zack. Stirb. Du wirst wohl endlich sterben, danke. So, hier habe ich jetzt ein Relikt. Eins. Weitere gibt's hier aber auch nicht. Doch, da. So, dann habe ich immerhin schon zwei Relikte. Da drüben sehe ich das nächste. Oder hier. Äh, doof. Woher leckt es jetzt? Hier ist längst nicht mehr. Also voll kann die Festplatte noch nicht sein. Dafür habe ich eigentlich so viel Platz freigemacht. Na komm, stirb. Danke. So. Nächstes Relikt. Vier. Da ist noch ein Relikt. Zack, zack. Zack, zack. Und tot. Und Relikt. Und Laufkatze. Und Kampfkatze. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Stirb, danke. So, zwei Relikt noch. So, zwei Relikt noch. Wo könnte noch was sein? Da oben. Da sehe ich was glitzern. Ach, hier. Nicht genug Energie. Ja. So. Dann guck auf und angreifen und kloppen und tot. Gut. Ein Relikt noch. Wärt ihr mal so freundlich? Würdet mir hier irgendwo mal eins geben? Nein. Ich habe nicht genug Energie. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach, da ist ein Relikt. Kann das hinkommen? 342 DPS. Auf jeden Fall sehe ich gerade, die Viecher geben mir schon gar keine Erfahrung mehr. Das heißt, es ist keine gute Idee hier zu questen. Aber was soll's? Laufkatze. Ich habe alles, was ich brauche. Laufschneller. Laufschneller, du Reisegestalt. Wirst du wohl laufen, du faules Vieh. Das war keine gute Idee. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Da. Was im Endeffekt nur ein Umweg war. Da wäre es außenrum kürzer gewesen. So, ihr haut jetzt mal alle ab. Oder auch nicht. Na, Angriff. Stirbt ihr bitte? Sofort. Danke. So, jetzt den. Was wird euch hierher? Abgeben. Und annehmen. Den abgeben. Ist nur dein Idee. Den abgeben. Ich bin dir er. Wie darf ich helfen? Annehmen. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Wo hatte ich denn jetzt den Ruhestein? Dann in Handelsdistrikt. Das war in Danlastus. Oder der Sturmwind. Handelsdistrikt. Strecken. Also vor Kataklysm stand da auch. Er bringt euch zurück nach Sturmwind. Aber jetzt muss ich mal gucken. Was habe ich denn hier an... Einiges. Ja, hier habe ich noch... Da... Ne, das war die erste. 30 Gold hatte ich schon bezahlt. An meinen... Äh... Großen Charakter. Und hier da. 200 Gold. Für die. Und für die, die hier drin waren. Die könnte ich auch lösen. Muss ich mal gucken. Habe ich noch nicht ganz. Hier habe ich übrigens auch... Mein Leidenschaft. Äh... Bin schon los geworden. Dann muss ich aber mal gucken. Nehme ich hier nochmal... 1, 2, 3 mit. Ach, nehmen wir 4. Dann setze ich da nochmal neue ins Aha. Und dann... Verkaufe. Verkaufe. Zu meinem gewohnten Preis. 4. Sind nochmal 7 drin. Wenn die dann alle rausgegangen sind, dann... Ja... Habe ich... Erstmal wäre ein bisschen Gold. Ich kann aber erstmal hier mein Inventar noch aufräumen. Den weg. Ich kann das nicht benutzen. Ich will den ja auch nicht benutzen. Ich will den verkaufen. Quest Gegenstand. Ja, das war der. Den weg. Den weg. Ähm... Brauche ich für Lederverarbeitung? Dann lasse ich den noch drin. So, hier das Leder runter. Ähm... Den verkaufen. Den verkaufen. Den verkaufen. Den. Das runter zum Leder. Den verkaufen. Den und... Den. Verkaufen. 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 Ähm... Den nicht verkaufen. Den verkaufen. Den auf keinen Fall verkaufen. Das auch nicht. Und man weiß nie, wofür man die noch braucht. Verkaufen. Verkaufen. Ähm... Verkaufen. Bärenfleisch kommt dann in der Bank. Kleine pilzige Tatze. Ich weiß... Tatze. Ich weiß immer noch nicht, für welche Quest ich die brauchen sollte. Mhm. Hm. So. Inventar ist ein bisschen aufgeräumt. Quest Gegenstände tue ich mal da hin. Was ist das? Verkaufen. Verkaufen. So. Hier habe ich Milch zum Trinken. Alles klar. Dann mache ich hier erstmal Feierabend. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. 基gate. Wir sehen uns. Tschüss. Vielen Dank.